Also guten Abend, wir sind ein bisschen verspät und ja, wir reden über die Pesach-Haggadah. Also, und deswegen, ich einfach wollte erklären, dass diese Rochza, es ist nicht gleich zum Murti. Ja, jetzt verstehen wir, das sind zwei unterschiedliche Worte, zwei unterschiedliche Begriffe. Und deswegen, es geht nicht, dass es stereotypisch zu sagen, Abner Noah sind Goyen und sie sind nicht Juden und so weiter und so weiter. Also, die alle Worte, das habe ich jetzt gesagt, nicht Juden, Goyen, Noah, drei unterschiedliche Gruppen. Halatisch. Es ist nicht nur Philosophie, ich habe gefunden, die Wurzeln und diese Dinge, die Malachah, im Response, ja. Also, das verstärkt nur diese Meinung, ja. Also, probieren Sie immer, das nicht zu verpassen, weil Hebräisch ist eine sehr, sehr lakonische Sprache, ja. Das heißt, viele Wörter gleichzeitig, sie bedeuten ganz verschiedene Ingen, ja. Das heißt, statistisch deutsche Sprache, Ingen Sprache, vielfach Wortschatz haben, ja. Und Hebräisch ist ganz, ganz lakonisch Sprache, es ist nicht zu viele Worte, überhaupt, ja. Und deswegen, jedes Wort deutet etwas, und das ist nicht umsonst, ja, es ist nicht einfach. Rachza und Amozi, zwei verschiedene Begriffe, zwei unterschiedliche Prozesse. Also, das ist wegen der Rachza und Amozi. Jetzt, Kadesh, der erste Punkt, das natürlich GEDUSH, besteht im SIDUR, im Gebetsbuch. Also, mit diesem Text haben wir keine Probleme, besteht im SIDUR, also klar in Hebräisch. Also, das definiert bei unseren Weisen, so, Talmud-Zeit, Akademie im Javne, ein bisschen weniger von 2000 Jahre alt. Also, zweite, dritte, vierte, hundert nach dem Null. Okay, das ist klar. Und jetzt, weiter, okay, Urchatz, wie gesagt, der Herrscher wäscht ohne Sägen Spruch, okay. Okay, zum Beispiel, Karpas. Karpas ist eine Grieckische Worte, keine Hebräische Worte. Talmud und Midrash, überfüllt mit Grieckische Worten. Und warum nicht Kabbalah? Weil Kabbalah, das ist die Texte von anderer Epoche, wo grieckischer Einfluss war, schon vorbei. Also, wenn wir sagen, dass es eine grieckische Worte ist, das heißt, dass, was denken Sie, die Zeit von diesem Karpas? Das ist chronologisch. Wann wurde das gestellt? Ja, dann in der Zeit vom zweiten Tempel. Definitiv, ja. Aber der zweite Tempel ist es nicht gestanden. Aber der zweite Tempel ist es auch eine gute 500 Jahre. Der zweite Tempel war in 510 Jahren gestanden. Also, es ist Anfang der persische Epoche. Und dann sagen wir rund, das ist Alexander der Groß. Es ist klar. Also, sagen wir, es ist vor Chanukka. Das heißt, nach dem Chanukka, es ist schwer zu glauben, dass mit diesem Krieg, kulturelle Zivilisation, Krieg, danach nutzen wir genau die grieckische Worte. Weil, das war genau der Krieg, wir wollen uns unabhängig geistig sein, auf erster Linie, ja. Das heißt, dass dieser Karpas, als Begriff, als Wort, war vor Chanukka, geschrieben. Und dann, es war noch freie Nutzung zum grieckischen Worte. Verstehen Sie, genau wie heute, es ist kein, dieser Krieg mit Russland und Ukraine, genau heute, viele Leute, die wollen sich nicht identifizieren mit Russland. Auch Russen, hundertprozentige Russen, sagen, sagen wir mich nicht, ich bin Russ. Ich bin da, denn dort, nach meinem Pass, ja. Die Leute wollen nicht zum Bösen, ja, verbindend sein, ja. Also, und deswegen auch, ich sehe das als sprachlich, ja. Die Leute probieren, vermeiden, absichtlich, russische Begriffe, russische Worte. Weil, es klingt nicht gut. Deswegen auch, nach Anuka, die grieckische Sprache war genau, klingt nicht gut. Im jüdischen Wort, verstehen Sie? Also, das heißt, diese Karpaz, es ist vor Mishnah-Zeit. Es ist genau die Zeit von Hillel, die alte Hillel. Wir befinden ihn weiter. Also, das ist rund 200 Formeln, ja. Das ist, plus minus, die Generation von dieser, die Begriffe, Karpaz. Die segne, natürlich, es ist klarer Hebräisch. Gut. Also, jachatz, es ist ein, bricht in Dimitri Lema-Zah, es ist eine Aktivität. Magid. Okay, Magid, okay. Ich sage euch schon direkt, dass Magid, dieser Absatz, Das ist Halle-Ahmad-Ein, ja. Der ist von Anfang mehrere, es ist oder Ende, der erste Tempel, oder Anfang, der zweite Tempel. Nach Magdemeinung, es ist Anfang, der zweite Tempel. Es ist so. Okay, erstens schauen wir die Deutung. Ja. Das ist die Brot der Armut, das haben unsere Vorväterin im Land des Ägyptens gegessen. Okay. Aber am Ende der Text, es steht jetzt so in diesem Land, nächstes Jahr in dem Land Israel. Das heißt, wo sind wir jetzt? Stimmt, Israel? Das ist einfache Deutung von Gisela, das ist richtig. Also deswegen, deswegen, Magdemeinung sagt, das ist Text oder zwischen den zwei Tempeln, sogenannte Babylonische Exil, oder die schon tatsächlich erst zweite Generation von zweiten Tempel. jetzt, wir sind die Sklaven, zum nächsten Jahr, wir werden die freien Leute. Was sagt das um uns jetzt? Wir sind die Sklaven. Es steht direkt. Welche Sklaven? Die König von Babylon. Allgemein, prinzipiell, nicht als private Person, die gehören als wirklich als Eigentum, ja? Also verstehen Sie? Und noch dazu, noch dazu, den Text, geschrieben, dieser Absatz, auf aramäische Sprache. Unterschieden Sie Hebräisch und aramäisch? Ja, schon, also haben Sie die gleichen Buchstaben, aber es sind schon ein bisschen unterschiedlich. Ja, ganz sehr unterschiedlich. Es ist genau wie Französisch und Deutsch, die gleichen Buchstaben, aber ein bisschen andere Sprache, ja? Nicht so wie Deutsch und Holländisch? Nee. Nicht? Okay. Ich würde gerne nehmen, Ihre Vorschläge, dass es wie Deutsch und Holländisch, aber es ist ganz weit, weit fern. Also, muss man verstehen, einzeln, die Judenkarten, viele, viele Sprachen, gibt es mehr von 100 jüdische Sprachen überhaupt, ja? Also, Sie kennen Jüdisch, Ladiner und so weiter. Aramäisch ist es eine, eine von diesen 100, nur, nach dem Namen Aramäisch ist es von Aram, Aram ist Syrien. Ja, ich habe mal gesagt, das Aramäisch, das ist alte englische Sprache. Es ist die erste internationale Sprache. Genau wie Französisch war im 19. Jahr. Das ist die aramäische Sprache. Aramäische Sprache war eine internationale weltgleiche Sprache. Okay? Deswegen kann man nicht sagen, nur die Juden haben die Aramäisch gesprochen, das ist überhaupt falsch. Die ganze Welt dann hat diese aramäische Sprache gesprochen. Ja. Also, aber natürlich ist es eine gewollische Sprache von zweiter Tempelzeit. Erste Tempelzeit, König Salomo und so weiter. Nur hebräisch war herrscht im Israelsland. Viele, viele Christen, sie verbinden sich ja zu dieser Sprache, weil es ist Zeit von Jesus und so weiter. Sogar war dieser antisemitische Film, wie heißt er? Latein und Aramäisch glaube ich, Latein und Hebräisch. Es war kein Latein, es war okay, das war da, also ich habe gehört, diesen Film im Original im Aramäisch, das heißt, muss man, ich muss ehrlich sagen, nicht habe viel zu verstanden, weil es war eine hollywoodische Aramäische Sprache. Es war irgendwie sehr, sehr kurz, Aramäische Sprache ist relativ lang, ist nicht genau wie Deutsche lang, aber doch relativ lange Sprache. Also irgendwie, das war kurz, es ist auch, muss man ehrlich sagen, es war viele Aramäische Sprachen, also wie Unterschiede zwischen Osteramäisch Sprache und West-Aramäische Sprache. Also Osteramäische Sprache ist von Osten, von Babylon, Persien, Irak, heutzutage, Iran, mit diesem Osteramäische Talmud geschrieben ist, mit Reschim. Kabbalah, Zoharbuch und so weiter, Jerusalemische Talmud, hat auf West-Aramäische Sprache geschrieben. Es ist fast, fast zwei unterschiedliche Sprachen, genau wie Französisch und Englisch. muss man sagen. Und auch wenn du, ich, verstehe relativ gut die Osteramäische Sprache, das heißt Talmudische Sprache, das hilft nicht in kabbalistische Literatur mit West-Aramäisch. Die Forscher und Historiker, sie sagen, dass in Israel das war West-Aramäische Sprache. Also nach dieser Idee, Jesus und seine Generation sollte West-Aramäische Sprache reden, es ist noch längere Sprache von Ost-Aramäisch. Also wie könnte, wie heißt dieser Regisseur von diesem Film? Gipsen? Ja, genau, genau. Wie könnte er eine lange Sprache zumal eine kurze Sprache, ganz, ganz lakonische Sprache? Keine Ahnung. Also ich weiß nicht, ja, es klingt nicht als originelle West-Aramäische Sprache. Also gibt es noch eine Gründe über diese West-Aramäische Sprache? Es ist schwerere Sprach zum Ost-Aramäisch und deswegen die Jerusalemische Talmud und Zohar und tablidische Sprache ganz, ganz nicht einfach zu verstehen, auf wortliche Sinn. Und das ist genau das Nicht-Juden die Meinung geht um Erste Christen, wir sollten nicht die Kabbalah lesen. Das war die Idee. Also wenn unsere Weisen wollten etwa bedecken sozusagen in Talmud zum Beispiel, Babylonische Talmud, das ist immer auf Aramäisch besagt und noch mehr, wenn du wolltest etwa noch konspirieren, die ganze Konspiration geht auf Jerusalemische Talmud und so das ist überhaupt ohne Übersetzung, du kannst es nicht schaffen. Also unter einfach aramäischer Sprache versteht man heute die Babylonische Talmud, also das relativ einfache Hebräisch einfache Aramäisch kann man sagen, das haben sie gesagt, es ist wie Deutsch und Niederländisch. Es ist ein Ausdruck, das kann man verstehen, nur Aleph, die Unterschiede, es ist nicht nur ganz unterschiedliche Grammatik, längere Sprache, die Wurzeln sind manchmal gleich, manchmal unterschiedlich, also es ist doch eine Sprache, eine gewisse Sprache, heutzutage gibt es die Leute, die sind Aramäe, ich habe sogar in Deutschland getroffen, die sind natürlich Herkunft aus, Türkei, Irak, Iran, also die sind die, wenn sie werden Wahrheit, die sind nicht einfach Arabe, wenn es ist wahr, dann die sind Nachkommen von dieser historischen Aramäe, die hatten die erste Tempel zu stören und dann nach Psalmen wie wir sagen keine Entschuldigung ja, wir sind die Feinde die König da okay aber zu unserem Text, also wieder die Sprache beweist dass es es ist noch vor Karpaz das heißt wir reden über die fünfte vierte Generation vor Null ja und wirklich die Vermutung dass es es babylonische Exil dieser Absatz ja die Leute wollen die Juden wollen zurück nach Israel steht direkt oder also das jetzt sehen die Zeit von diesem Absatz babylonische Exil okay okay die vier Fragen die vier Fragen das ist die klare Hebräisch das heißt das heißt es ist mindestens nicht zweiter Tempel wir sagen zweiter Tempel ist die aramäische Sprache das heißt es ist oder erster Tempel oder schon nach zweiter Tempel Zerstörung und nach grammatische nach grammatik in diesem Hebräisch zum Beispiel wir befinden hier eine Neutrum im Hebräisch gibt es auch Neutrum im Hebräisch nicht nur maskulinen und femellinen gibt es auch Neutrum also und also diese Neutrum es ist nun am Ende Ochlin mit N und nicht mit Mem wir sagen heute Ochlim mit M am Ende ist geschrieben mit N also das ist klassische Mittelalter Hebräisch also das wissen wir grammatisch das heißt diese vier Fragen sie gehören zum älteren Anfang dem Mittelalter das heißt Kreuz Züge irgendwie das ist die passende Hebräisch heute wir sagen und schreiben so nicht so ein bisschen veraltere Hebräisch ja okay dann zeige ich etwa nicht im direkter Ordnung doch im direkter Ordnung Sklaven waren wie eins dem Parole gibt dieser Absatz was denken sie welche Generation welche Zeit gehört zum dieser Absatz wie ist der ganze Text nee nee nur dieser Absatz Sklaven waren wir für Parole in Ägypten da führt uns der Ewige unser Gott von dort voraus also erstens das ist klassischer Hebräisch ohne Aramisch das heißt nicht zweiter Tempel also erster Tempel die Juden waren im Israel Land keine Sklaven also das ist vermutlich nach zweiter Tempel Zerstörung wir sind Sklaven jetzt und unser heutzutage Statut spiegelt uns reflektiert und wir sagen unsere Vorväter so schafft man so richtig das ist logisch also das ist die Exil in Europa wir sind in Europa und wir hoffen uns genau wie die Ewige unser Gott hat unsere Vorvater rausgenommen da nimmt er auch uns von Europa und östlicher Welt zurück also das ist gibt es die Meinung dass die Geonymzeit die Genie das heißt nach dem Tal das heißt fünfte siebte achte zehnte Jahrhundert und dieser Text vermutlich wurde in Babylon verbreitet also wieder unser Vorbild für unsere Gebet buch schon siebärim das ist Sibur von Abraham Gaon die Gebet buch von Abraham Gaon hat in Babylon geleckt nur zufällig dieses Buch irgendwie Europa erreicht heute kann man in Niederlande schauen in Grönnengen oder Leiden im Leiden Universität Museum dort befindet man dieses Buch das Original Unter der Glatt also dieses Buch ist Vorbild für alle unsere Gebetsbücher und vermutlich dieser Absatz wurde auch dort verbreitet ok Masebe Rabeläser die Geschichte die Geschichte von Rabeläser und Amar Rabeläser Benazaria das ist die Helde von unsere Mishnah sie sind Tanaim also vor Talmud wir reden Rabbi Akiva wir wissen genau er hat überlebt die zweite Temelzerstörung er war jung also Barcoch war Rebellion also zweite hundert Jahr nach und die gleiche Herren die gleiche Herren auch sie erschienen im Talmud im Brachot die erste Band ich habe jetzt mit meinen Kindern gelernt also das heißt das heißt wir können auslöslich sagen diese zwei Absätze sind von zweiter Jahrhundert nach weil die Texte sind fast identisch was haben wir im Talmud über diese also kennen Sie kurze Ausführung über diese Herren Rabbi Elazar bin Nazaria sagte ich bin quasi 70 Jahre alt und Talmud sagt er war genau 18 Jahre alt ist ist und wieso er redet die Leute sind ganz alt die Akiva ist mindestens was mindestens 100 Jahre alt in dieser Zeit und jemand ganz jung redet vor einer älter wie kann das sein was können Sie vermuten kann man verstehen er ist wichtig diese 18 jährige junge Geschichte folgendes am Ende der Gada erzählen über Rabban Gambliel Rabban Gambliel war der Präsident das heißt die offizielle ausgewählte Rabbiner Nummer eins zwischen allen Rabbiner und das war eine Meinung Streit zwischen vielen Rabbiner Rabbiner das ist dieses Geschichte steht im Talmud es ist egal es um jüdische kalender war und die Rabbiner in ganz demokratisch haben den Präsident ausgewählt weil im Torah steht du sollst nach Merch gehen also es keine Diktatur die Merkel hat gesagt entschuldigen uns Talmud erzählt wieso in welchem respektabel der Rabban Gambliel der Präsident wurde zu Hause geschickt sozusagen von seinem rabbinischen Amt und dann muss jemand anderen neu auswählen weil doch das war die Zeit die unsere Weisen hatten Mischna und Talmud vorbereiten sammeln überprüfen und dann der Vorschlag war dieser jungen 18 jahre alt Elasar Ben Nazaria wieso erster er war auch die Weise also gleiche zwischen gleichem dazu hatte er noch zwei extra Bonussen nämlich er war die Nachkommen von König David also direkt er könnte eine Kandidat zum König Krone wäre das ja eine jüdische König zum dann er könnte kandidieren sich so eine und zweite er war ganz ganz reich das heißt er war nicht am Hängen von Rom also diese drei hatten gespielt und das war ein Vorschlag von allen Weisern du bist unser neuer ausgewählter Präsident wird willst du was hatten beantwortet was denken sie er sagt ich frage meine Frau das war der steht in Talmud kein Witz ich frage meine Frau sagt also nicht leicht nicht unter Stress kein Stress ich nehme die Zeit Beratungen blablabla im Kurz er war 18 Jahre alt sie war natürlich 16 Jahre alt das ist die Welt sie war keine 80 also sie sagte ihm das ist alles gut aber du bist jung und sie sind Eltern Talmud erzählt er hat genommen es war nicht ein Rat dagegen es war nur eine Bemerkung oder eine Beratung zum Gut das heißt Talmud sagt durch eine Nacht seine Haare geworden weiß und dann das war die Frau gemeint seine Frau und dann er sagte ich immer ich bin quasi 70 Jahre alt also jetzt verstehen sie genau quasi das ist quasi 70 Jahre alt also er war chronologisch 18 Jahre alt aber aussieht sich wie alle anderen also das ist passende Forme also dann mit dem Zeit es wurde eine Frieden zwischen Weisern Rabban Gamliel wurde zurück zum Amt mitgekehrt aber doch zum Respekt zu beiden sie waren zwei Präsidenten nicht eine also die drei Wochen die drei Schabbat von vier im Monat die alte Präsident Rabban Gamliel war im Amt und hat geprägt und kommentiert ja und eine Schabbat eine Woche von Dämonat was ist geblüht im Dämonat das ist die Geschichte im Talmud also deswegen kann man sicherlich feststellen diese Absätze haben die gleiche Zeit also zweite 100 Jahr nach ja und noch gibt es einen starken Hinweis dass es geht um Zeit noch präzise Zeit von einfach sagen zweit Jahrhundert das ist genau die Barcochbe Rebellion wie weiß ich es steht in dem Text sie sitzen in einem Raum mit geschlossenen Fenstern sie sehen nicht dass es schon Sonne raus kam draußen ja und dann kommen die Schulle und sagen muss man die Schma von morgen aussagt ja also das genau passt zum Barcochbe Zeiten dass die Romer hatten die Tora lernen und unterrichten völlig verboten ja also das ist die Zeit von Barcochbe Rebellion wir kennen genau ja das ist die Mitte zweit Jahrhundert ja das heißt die Zerstörung zweit Tempel ist plus siebzig und die Barcochbe Rebellion war plus 140 wie weiß ich weil gibt es viele Prophezanten von Irmi dass die zeitliche Differenz zwischen ersten und zweiten Tempel das ist siebzig Jahre die Leute gläubten nicht richtig falsch das auch zwischen zweit und dritten Tempel ist siebzig ja analogisch verstehen sie und dann zum helfen für dritte Tempel dass diese Barcochbe Rebellion ausgebracht ja das ist die Geschichte also genau siebzig Jahre nach der zweite Zerstörung also das ist rund 140 und plus diese zwei Absätze wurden geschrieben so gut jetzt wollte ich noch etwas schauen wieder nicht über die vier Sonne mit Hila mit Hila auf der Vodasara Yovate ursprünglich waren unsere Väter Götze Diener dieser Absatz ja ist ein bisschen in die Mitte Kennen sie dieser Absatz Nein Ursprünglich waren unsere Väter Götze Diener jetzt hat uns Gott seinen Dienst nahegebracht wie es hieß Joshua 24 2 Joshua gebracht zum ganzen Volk so hat er die Ewige die Gott Israels gesprochen jenerseits des Stromes wohnten eure Väter vor Ehe Terach der Vater von Abraham und Nachor und dienten fremden Götter ist getamt der Absatz dem Text ja der Absatz sie redet über die Avraham Terach und Nachor das ist nur ein Absatz gibt es in die ganze Pessach Hagedä kennen sie so wie ist in Dmitter bei mir ist es Seite 30 ist meine aber es ist egal also der Ein Absatz es ist nach dem Fürs Sonne wegen der Vermutung dass vielleicht reden wir die Pessah vom Anfang dem Nisan Monat die Antwort ist nein und dann nächster Absatz nach ja haben sie gefunden und das ist nach diesem Text kann man verstehen dass dieser Absatz das war der Agadah von Avram weil in diesem Absatz steht sein Vater und sein Großvater verstehen Sie für uns ist es egal aber wenn wir sind lebendige Leute erzählen wie war unser Vater wie war unser Opa und so weiter und so der Abraham war die gleich er hat gekannt seinen Vater und Opa und er hat für sich erzählen seine Agadah das ist dieser Absatz und es gibt mehrere Hinweise kennen Sie den Kommentar dass der Abraham hat Pessah gefeuert Nein es ist ganz bekannt ganz bekannt ganz bekannt als das schreibt Drashe zur Tora als Sarah ja als Sarah hat bekommt einen Nachruf jemand hat erzählen das war eine eine Probe zum Isaac ja mitbrachten ja also Rashi schreibt auf diese Stelle dass Abraham hat Mazar gebacken um auch Zug aus Ägypten feiern die Frage wie konnte Abraham zukünftige Ereignisse feiern verstehen Sie ich kann erklären ja aber die Antwort ist ganz einfach die Gott hat ihm gesagt direkt im Tora dass deine Sohne gehen nach Ägypten 400 ja er wusste die Geschichte er hatte Ahnung ein bisschen von Zukunft er wusste wie die diese Geschichte Auszug ausgibt ja die interessante Dinge dass wieder die Matza als Lebensmittel als besonderes Brot war bekannt als keine unikale jüdische Erfindung aber die Dinge die Rache behauptet dass Abraham genaue Zeiten hat Matza gebaten um zukünftige Pessach feiern wenn so wenn so wenn so dann natürlich Abraham nach dieser Linie nach dieser Tradition er natürlich hatte seine eigene Agada aber ohne zweiter Tempel ohne ja er hatte was er hatte Abraham ja und das ist genau dieser Absatz der erzählt über Abraham und seinen Vater und seinen Großvater ja also wir sehen uns eine Mischung von unterschiedlichen nicht die Jahrhunderte Epochen ja Abraham hat was zweihundert zehn Jahre vor auch zu Gospital gelebt ja wir haben gesagt dass andere Absätze in dieser Pessach Agadah sind von fünften vierten Jahrhunderte vor null zweite äh hunderte Jahre vor null zweite nach null ja und so weiter und so Sie sehen es ist eine riesige Salat von unterschiedlichen überhaupt historischen Epochen jetzt verstehen Sie warum es keine eine und einzelne Autor gibt es für diesen Text das heißt Talmud Talmud als Buch er was er wurde auch nicht eine hunderte Jahre gefasst und geschrieben aber doch es war zwei drei maximale vierhundert Jahre aber jetzt wir reden über die überhaupt tausende Jahre es ist es ist zu schwer sagen es jemand der ist die Autor von diesem Text wir kennen von Talmud nur Rav Asche die sechste Jahrhundert nach null er war der Redaktor also er einfach die ganze Texte hat gesammelt geteilt zu verschiedenen Bänden und er hat organisiert den Text quasi lebendige Diskussion zwischen den Leuten die überhaupt haben nicht jeden anderen gesehen lebten hunderte Jahre eine von anderen aber als du liest die Talmud es ist eine Diskussion zwischen Rabin und quasi haben gesessen gestern auf einem Tisch es ist nicht das ist die Redaktörung das ist die klassische redaktorische Werk und deswegen auch diese Agadah natürlich hat gewisse Redaktionen wir haben ein bisschen unterschiedliche Agadah Texte mit natürlich unterschiedlicher Redaktur das heißt die spätere Mittelalter Agadah von Sarai wo sie ist bekannt und die Malen Illustrationen den Text sind völlig gleich aber wenn wir nehmen ältere Agadah Texte zum Beispiel von Babylon und Europa und Marokko dann schon befindest du unterschiedliche Redakturen also heute es ist ein Text ein standard universaler Text aber jetzt wissen sie warum kein Rabbiner steht unter diesem Text der hat geschrieben oder sogar Redaktur gemacht es ist Agadah ein unikaler Text der hat von Abraham bis Kreuzzuge hat unterschiedliche Eingänge also diese Zeitreise der Agadah es ist bedeckt es ist bedeckt über 3000 Jahre von Abraham bis Rasche es ist 3000 Jahre deswegen es könnte nicht auch theoretisch das eine jemand hat geschrieben ich habe das geschrieben es ist ein super ultra kollektiv Werk diese Agadah okay das wollte ich für heute erzählen wieder kann man jahrelang lernen diesen Text jede Buchstabe das glauben sie dann wir kommen noch noch von welches Jahr von welches Land Herkunft gibt es viele viele Hinweise es ist ganz ganz interessant aber es ist ein Prinzip also diese Agadah ist eine super Talmud die Talmud war wie gesagt für 600 Jahre geschrieben der Gaddaf von Pesach 1000 Jahre ja ja das ist in kurz gut also das wollte ich für heute unterrichten haben Sie die Fragen nein danke aber das war unfassbar spannend die Geschichte die Historie wenn du verbindest in diese Historie ist es unglaublich spannend wenn du befindest wir sagen auf die Füße die Hände wenn du kannst schwimmen in die historische Meer das ist unglaublich ja und die und die Kinder lernen das was die einzelnen Abschnitte bedeuten das ist unsere Arbeit wir müssen unterrichten aber ich habe gesagt mehrmals das erste Absatz das ist die Babylonische Exil da sieht man von dem Text also ich habe nicht ganze Ideen wo ich erzähle es ist gute 10 20 100 Stunden aber doch da und dort jedes Jahr ich erzähle etwas von meinen Kindern ich hoffe dass sie ja gut dann danke für die Zeiten und ich weiß nicht wegen die nächste Woche machen wir gleich wenn ich melde dann ja und ich hoffe dass vorbereitet und dann wieder schreiben Liede Liedern das ist das ist das ist das Thema kommen sie alle und dann machen wir diese Liede Lieder ein sehr gerne danke 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 sie danke sie also gesund Frieden und schönen Abend auch vielen Dank